Guten Abend miteinander! Sie wissen ja, Goob hilft Ihnen dieses Jahr fit und munter zu bleiben oder zu werden. Unter anderem mit den Büchern, die Sie jetzt in allen Goblädern gratis bekommen. In diesen Sammelreihen für mehr Lebenslust finden Sie jetzt in dieser Ausgabe einen grossen Beitrag über das Joggen, dann viele Stretching-Übungen und natürlich auch wieder eine ganze Reihe von Tipps und gesunden Rezepten. Einer, der garantiert fit und munter ist, ist der Osterhas. Das Verteilen und das Verstecken der süssen Überraschungen von Arni gibt natürlich unheimlich viel zu tun. Unglaublich, was es bei Goob jetzt alles gibt. Riesengrosse Hasen, lustige, ganz in Weiss oder voll von knusprigen Mandelsplitter. Und das hier sind die ganz feinen Ostereier von feinster Arni-Schokoladen. Es gibt sie mit Praline gefüllt in den verschiedensten Variationen. Für die Kinder ist Schokoladen kein Problem, sie haben genug Bewegung. Sie selber sollten sich die süssen Versuchungen aber zuerst verdienen. Vielleicht mit Joggen wie hier der Osterhas. In unserem südlichen Nachbarland kennt man die Ostertaube schon lange. Es gibt aber keinen Grund, warum man das luftige Hefegebäck mit kantierten Früchten nicht auch bei uns geniessen sollte. Und darum können Sie es jetzt in Ihrem Goobladen kaufen. Goob offeriert Ihnen nicht nur Ostereier, Osterhasen und Ostergebäck. Auch hübsche Spielsachen, die das Osternästchen bereichert, finden Sie jetzt zu sehr günstigen Preisen. Und damit Sie das Eierverstecken und das Nästchen suchen auch gerade im Bild festhalten können, gibt es bei Goob drei verschiedene Kodakolor Goldfilme im Duopack zum Sparpreis. Wir machen weiter mit dem Goob-Rezept. Als sich Bananen nicht nur als Zwischenverpflegung oder als Dessert eignen, ist ja bekannt. Ein weiterer Beweis ist unser heutiges Gericht. Pro Person eine in Öl gelegte Kalbskotelette gut bröteln und dann warm stellen. Zwei Bananen ebenfalls goldgeilbröteln und auch warm stellen. Dann Ziebeln, geschälte Tomaten und mit einer Gabel verdruckten Bananen anbröteln. Gut vermischen, würzen und dann verfeinern mit Cognac und Rahm. Mischen, kurz aufwärmen lassen, aber nicht mehr kochen. Dann können Sie die Kotelette mit einem Teil der Sauce nappieren, mit der Bananen garnieren und mit Drogenreiss servieren. Das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung und morgen der ganze Tag im Teletext-Zeiten 270. Einen guten. So, das wäre es wieder mal gewesen. Bleiben Sie fit und munter und holen Sie die neue Broschüre in Ihrem Coop-Laden. Am besten gerade morgen, wenn es wieder die neue Aktions-Aktions-Aktions-Bot gibt. Zum Anfangen die aktuelle Preisschlager. Bei Coop finden Sie die Textar-Kinder-Denim-Jeans für nur 17 Franken. In allen Coop-Do-It-Yourself und Bausentern bekommen Sie den stabile Benzinrasenmäher für nur 299 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop alle Sorten Coop-Kaffee. Bohnen und Wack verpackt 225 und 250 Gramm 50 Graben günstiger. Und 450 Gramm oder 500 Gramm 1 Franken günstiger. 2 kg Coop-Weissmehl statt 370 nur 3 Franken. 1 Liter Krässig-Kräuterweinessig statt 240 nur 2 Franken. Omo Vollwäschmittel 5,5 kg statt 1850 nur 1550. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 2 Liter Coop-Erdnussöl statt 49 nur 48. Spanische Erdbeeriskörbe an 450 Gramm nur 1,80. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!